Also, meine Freundin möchte, dass wir endlich zusammenziehen. Die liegt mir schon seit Wochen damit in den Ohren. Mach doch mal hin, denk an die Frist und das muss als Einschreiben raus und was da alles zugehört. Aber du weißt schon, dass nur der Postempel zählt, ne? Ich bin da eigentlich relativ entspannt, denn ich bin die E-Mailer und mach das ganz bequem online von zu Hause. Du sitzt nur auf der Couch. Ja, aber weißt du, was das Beste ist? Ich schaff dabei auch noch alles. Da hast du die Sendebestätigung verschickt und wir sind fein raus. Na siehst du. Soll ich dir gleich helfen mit den Kartons? Das wäre sehr schön. Na siehst du.